Verdammte Axt! Aber wir sind freiteritisch schon hier. Wir müssen los hier hinten hin, wo die ganzen Leichen baubeln. Okay. Das ist so herzerweichend. Ja, ich weiß. Ich meinte meine Katze. Steht vor, draus. Ach, du Scheimdreck. Das kannst du schön alleine machen. Ja. Wie schießt das? Ziel neutralisiert. Ziel neutralisiert. Wir sind auf jeden Fall nicht alleine. Das sind ja mehrere. Oh, du bist schon abgeschlossen. Das war schon? Warte mal, ich muss hier erstmal das Ding aktivieren, wo du stehst. Auf jeden Fall bin ich, äh, dritter. Hecke den Notenkund. Ich weg mal. Heck mal. Oh. Zeig und dein Gesicht. Schleimgranate. Oh, kann ich schon wieder nicht nehmen. Ja, gut, wir können jetzt hier abspringen. Okay. Das war schon? Ja. Ach, warte. Was nimmst du dafür? Ja, das war jetzt bloß eins von drei Punkte, die wir abgrasen müssen. Ach so. Ja. Und, äh, der nächste ist jetzt, äh, roundabout, äh, da müssen wir uns jetzt nach, äh, eisernen Dämonen-Rache da porten. Ach so, zu eisernen Dämonen-Ranch. Ja, Mensch, wieso habe ich Rache gesagt? Ja, du sagst immer Rache. Okay. Ach. Ja. Aber ruhig sein, bitte. Ja, ruhig sein, bitte. Nee, geh weg jetzt, nicht vor meinem Monitore. Geh weg jetzt, hier, komm hier, mach hier, hopp. Und rauf doch dein Katzenböhmchen. Hast du denn keinen Katzen-Hotspot? Nee. Oh, die will jetzt kuscheln, Alter. Das gibt das nicht, ich bin hier mitten in der Aufnahme. Ach, ja. Die ist kuschelbedürftig. Ja, ja, ja. Auf ihn bliebe. Da hinten sitzen bleiben, Klappe halten. So. Oh. Ja, ist gut, es reicht jetzt, Land. Es reicht. Die geht aber aus Stoff, ne? Ja. Ich würde gerne wissen, ich habe noch nie so eine quatschfähige Katze gesehen, ey. So, wir sind schon da. Was ist hier auch noch auf meiner... Geh weg jetzt, hier, meine Fresse. Alter. Raiders ist jetzt Mars und Mars ist jetzt Snickers und Chicks und whatever. Ich gehe hier mal rein und aktiviere das Ding erstmal weg. Komm. Cool. Okay. Okay. Das könnte nur jeder sein. Muss doch nicht. Ha. Weg da! Ja. So wird es gemacht. Oh, jetzt, was ist das denn hier, finde ich scheiße. V.O.T. Druckluftgewehr. Ach, naja, gut. Klingt gerade fest. Was gibt es hier noch Schönes? So, ähm, einen haben wir noch. Ich denke, es dem... V.O.T. Ren. Oh, ich werde schon wieder beschossen hier. So. Oh, du Scheiße. Oh. So. Oh, da liegt noch eine Waffe, ey. Ich fahr schon mal zum nächsten Ziel. Ja, ich komm, ich komm nach. Ach du Scheiße. Alter, ich sag, ich fahr zum nächsten Ziel und fahr hier voll gegen den Stein, ne? Andruskarabine und, äh, wo ist das Scheiße denn jetzt? Wo ist das? Da. So, wir werden mal hier, äh, ordnungsgemäß die Straße langfahren. Warum habe ich da mal keinen Stern dran, Alter? So wie sich das gehört. Okay. V.O.T. Druckluftgewehr, Durchschläger, Puppi-Ira-Ranger. Warum, oh, Alter, da wäre mir jetzt aber was Böses passiert, wenn ich aufgespalten hätte. Ich hab's aber auch. Geh mal einen grad was los. Okay, ja, toll. Autsch. Wow. So, wir sind da. Kannst dich ja zu mir hinbiegen. Äh, ich glaub, weit bist du nicht entfernt, ne, oder? Na, ein Stück ist jetzt schon entfernt. Echt? Ja. Ich bin, glaub ich, gleich da. Weil dein... Hä? Aber ich glaub, hier ist wieder was für deinen Sniper-Einsatz. Äh, irgendwie seh ich dich, glaub ich, gerade gar nicht. Warte mal. Hilfe! 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 Äh, geh jetzt zum Freund. Bist da? Hat die Katzen, so. Ja, du bist da. Yeah. Krass. Was denn? Das Gelände hier. Das gefällt dir, ne? Ja. Ah, dachte ich mich schon. Ich seh nur grad keine Feinde. Das ist, weil wir zu hoch sind. Echt? Ja. Ja. Oh, die Katze spinnt. Guck mal, da unten fährt noch einer lang. Da sind Feinde. Ja. Jetzt mal hier unten einen reinfeuern, was? Schiene beseitig. Schiene beseitig. Ja. Was denn mit uns? Da geh ich mal auf mein Angstkarabiner. Ich hecke den Kon-Knotenpunkt. Bin ich schon dabei. So. Okay. So. Okay. So. So wie diese komischen... ...dinger hier aufgestalten, oder? Ich geh im Deckel! Action! Ach, das sind Geisel, die wir freien müssen! Scheiß aber auch! Ha! Ach, hoppala! Jetzt beseitig gerade ein scheiß Fass irgendwie. Ich ändere Fass halt! Au! Okay. Hu hu hu! Au! Die Banane! Ah, scheiße! Oh, oh! Scheiße! Ach, du scheiße! Ich könnte hier echt Hilfe gebrauchen. Ich auch! Ja, äh, wir müssen zusammenbleiben! Bist du schon wieder? Unten bei einer Geisel! Ja, das ist schön, dass du in der verkehrten Richtung rennst! Hilfe! Wieso werde ich... Wieso brenne ich denn jetzt auf einmal? Sanitäter! 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 Älter! Wiegst du? Ne, noch nicht. Aber ich krieg hier nur lauter Feuerhagel. Ich bin auf dem Weg zu dir. Mein Helter ist gekommen! Landgranaten. Alles klar. Da ist irgendwo, äh, einer auf dem Dach. Der... Wo? Mit Raketen auch nach dir schießt. Oder schmeißt, oder... Ich habe nur was hier. Boah, hier gibt es so viele... Gewehre hier, Alter! Unglaublich! Drachmeck-Pulsierer, den behalte ich erst mal. Der ist weg auf dem Dach! Alter! Ich reiß dich ins Stecker! Ich auch! So! Boah! Du Scheiße! Was kommt denn da an? Fögerlos! Ha! Heftig! So schnell krepiert sich's nicht! Was gibt's hier noch Schönes? Ja, geht's auch weg! Fragger! Schussweiger! Lass uns hier die nächste Geisel befreien! Okay! Lendgranaten habe ich schon wieder voll mit... Oh! Schon wieder selbst gefrackt, ey! Krieg's kotzenlangsam! Scattergun! So! Ich weiß! Wo bist du denn jetzt? Ach da! Oh! So! Da oben bist du! Ich bin hier! Ah, scheiß auf die Waffen hier, Alter! Kack drauf! Die machen nur das Inventar unnötig voll! Ja, ich habe jetzt hier gerade... Oh! Ich schieß da! Ich... Sorry, habe ich gerade erschrocken! So! Ich dachte, ihr wärt Dingsrums gewesen! Ja, eine Geisel müssen wir noch befreien! Na, das geht noch weiter! Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir gleich noch den Vorarbeiter und... ... Sag mal, Katze, irgendwie hast du einen an den Pannen, oder? Kann das sein? Hat sie eben gerade bei dir alles umgerackt? Ja, die wollte eben gerade mit Schwung von der... ... äh, von der Couch... ... auf den Schrank laufen. Unser Vorarbeiter und unser Techniker werden neben dem Platz gehalten! Er ist auch so... Wow! Äh, ja! Wir können sie retten! Hilfe! Mama! Warte! Ich bin schon... So... Warte! 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 Ach, ist der hier oben drinnen, oder? Ja. Muss ich irgendwie jetzt einen Weg reinfinden. Hier oben ist was. Hier. Ja. Ich bin schon um den Weg. Was ist hier wieder für eine Knarre? Paar OT-Fragger. So. Splitter-Garnaten. Wieder voll. Ach, hier sind ja zwei. Schaden, Spike. Oh, coole Knarre. Echter Glückspilz. Die Raiderschweine haben die Generatoren zerstört und Propangastrit aus. Ja, einer bleibt hier oben, einer muss unten rechts gehen. So, der ist erledigt. Die Summation habe ich schon auch genug gemacht. Ja? Naja. Das ist eine... Traktionsdings gedöhnt hier. Ach so, der... Einer muss hier oben bleiben bei diesem Rettungstyb. Ja, und ich bleibe hier unten bei dem hier. Alles klar. Ich nehme nochmal schnell andere Waffen. Äh, 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 scheiße. Oh, das ist nicht. Ah, probiert. Oh! Ich schloss nicht. Okay. Er geht in den Deckel, wie gesagt. Der ist auch weg. So, ich muss meinen erstmal wieder retten. Das vergesse ich dir nie. Oh, heftig, alter. Wop. So. Ist weg. Ah, jetzt kommen sie von hinten. Hände. Heftig, alter. Die Affen, ey. Sind sie halt hier vorbei? Ich schmeißt irgendeiner Pyrogranaten, ey. Der Bursche. Hat jedes Mal meinen, äh, Verbündeter hier. Das vergesse ich dir nie. Abkackt. Ja, der ist hier unten. Der da? Ja. Der war's. Dieses miese, fiese Etwas. Oh, scheiße. Okay, wir gehen die Rohre abdichten. Okay, jetzt müssen wir sie beschützen, werden sie ihre Rohre da abdichten. Einer läuft hier unten hin. Äh. Wenn mich nicht alles täuscht, läuft da einer hier unten hin. Äh, okay, nee, okay. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Ja, du bleibst doch mal ruhig, ich muss ja auch mal Waffen wechseln. Hä. Aha, schöner Kopfschuss eben. Wo bist du? Hier. Okay. Und. Hier den, äh. Oh, die Scheiße, das kommt da alles angelaufen. Ihr müsst jetzt beschützen? Ja. Ich hoffe mal, nur der andere beschützt, äh, oder der hier war, der beschützt den Anner. Ansonsten glaube ich da schnell hin zu dem. Zu dem Anner-Techniker. Ein Kettoff. Fein getroffen. Ein Kettoff. Mein Techniker, weil es den Generator. Okay. Also da war der auch keiner zum Generator. Achtung. Wo will der hin? Der will sich verdünnisieren. Okay, der ist weg. Es wird schmerzhaft. Ich glaube, die rennen jetzt nach oben, oder? Rennen die nach oben? Nee, eigentlich nicht. Oder? Ah, bei mir liegt schon wieder einer Scheiße. Nein, ich bin gleich fertig. Als ich fliege. Ach, da hinten? Hast du dich gerade wiederbelebt? Ja. Ach so, okay. Ja, weil ziemlich viele hier sind. Mein Techniker ist gleich fertig. Okay. Alter, die wollen hoch. Wo? Ha! Boah! Scheiße! Das vergesse ich dir nie. Gut, danke. Dank Schuss kann man nicht. Wieso lichten wir da schon wieder, Alter? Boah! Zum Kotzen gefallen. Wow! Die snipen sie gerade. Ich bin grad... Scheiße! So! Bin runter gefallen. Meiner ist erstmal fertig. Oben sind sie, oben sind sie. Jetzt einfach nur noch die restlichen Riders erledigen und äh... Ich erledige es ihr selbst! Was? Wer kommt jetzt? Glaub ein Großer, ne? Ja. Hier ist irgendwo ein Großer. Da oben war der. Ah, Hilfe! Scheiße. Hinter mir kommen sie. Ich hab Angst. Sehr actionreich, muss ich sagen. Kontakt! Ich hab ne Scheißwacke aus. Scheißwacke. Kontakt! Ich werd schnell die Waffe wechseln. Ich werde dich finden. Ich auch. So. Kontakt! Oh, du... Au! Wir hatten Raiders, halten den Vorarbeiter und weitere Arbeiter als Geiseln. Ich weiß, hier passt die Technik an. So, wo ist mein... Oh! Diese Kompetenz ist nicht hoch. So jetzt. So, der ist auch weg. Wo ist meine? Wo ist mein fettes Ding? Hä? Ach, da unten ist er. Ihr habt so ne Granate, du Asche. Nicht ganz getroffen, aber naja. Noch eine? Oh, die rollen immerzu weg! Er ist weg. Jetzt. 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 Oh, da. Keine Granaten mehr. Weg ist er. Juhu. Ist der Dicke weg? Ja. Alter, Gott sei Dank. Das war jetzt ganz schön krass. Das war schlimmer. Da sieht dochst du, sü норм an. Es kam. Ich behalte ihn um. Overz博. заявch von Schra corner. Da dre conversate nicht mal. Herr ab bracelets! Ich kann ja. Da sind ja. einmal Interessante. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.